100 Euro Schmerzensgeld nach tödlicher Rauferei Teenager erschießt Mitschüler in Deutschland Islamischer Extremismus in Europa Ein Wege-Einsatz in Wien endet tödlich Und der ORF schickt schon die ersten Mahnbriefe Das und mehr sind meine Themen heute Ich freue mich sehr, dass ich Sie noch begrüßen darf an diesem Freitag Der Staatsschutz warnt in seinen Berichten regelmäßig vor einer islamistischen Terrorgefahr Auch in Österreich Internationale Geheimdienste warnen die Republik sogar schon viel länger Ja und manche Parteien haben auch schon vor einigen Jahren vor diesem Extremismus gewarnt Passiert ist aber nicht viel Religiös motivierte Gruppierungen verbreiten über soziale Netzwerke Extremismus In Deutschland gehen sie aber bereits auf die Straße Die Dokumentationsstelle politischer Islam schlug schon früh Alarm Doch passiert ist nur wenig Teils sitzen die Islamisten auch seelenruhig im Wiener Gemeindebau Woher kommen die Demonstranten die jüngst im deutschen Essen auf die Straße gingen und mit Fahnen auf denen arabische Schriftzeichen prangten die an den IS erinnern nach einem Kalifat riefen Auffallend dabei Männer und Frauen liefen getrennt durch die Straßen In Bezug auf den Kalifatsaufruf in Essen können wir darauf verweisen, dass es sich um die Influencergruppierung Generation Islam, welche die Demo dort veranstaltet hat, handelt, heißt es von der Dokumentationsstelle Politischer Islam in Wien, die bereits im Frühjahr in ihrem Bericht über extremistische Influencergruppen und ihre Einflussnahme auf deutsche und österreichische Muslime Alarm geschlagen hat Gruppierungen wie diese wecken Ängste, fördern das Misstrauen gegenüber dem demokratischen Rechtsstaat und bejubeln die Taliban Tagesaktuelle Themen werden auf Deutsch in Videokanälen propagandiert Bis jetzt spielte sich das meiste im Internet ab Auch Ahmad Tamim, der Kopf der Generation Islam, war in Essen vor Ort Dass seine Gruppierung zum ideologischen Umfeld einer islamistischen Organisation gehört, bestätigt der aktuelle Berliner Verfassungsschutzbericht Die Hisbut Tahir selbst strebt die Errichtung eines Kalifats an und fordert die Vernichtung Israels durch den militanten Dschihad Nicht minder verstörend sind die Umtriebe von einigen Akteuren in der heimischen Bundeshauptstadt Die Organisation Daal Janub, Verein für antirassistische und friedenspolitische Initiative, löst etwa bei Beobachtern große Sorge aus Die Verantwortlichen verbreiten ebenfalls im Netz höchst bedenkliche Inhalte mit Hamas-Bezug und auch einen Leitfaden, wie sich Flüchtlinge verhalten sollen, wenn sie die Polizei anhält ÖVP-Integrationssprecherin Caroline Hungerländer warnt Bei Daal Janub handelt es sich um einen klar antisemitischen, israelfeindlichen Verein, der offen Propaganda der Hamas und des islamischen Dschihad verbreitet Der Verein sitzt in einem Gemeindebau im 16. Bezirk, entweder unbemerkt von der Stadt Wien oder bewusst geduldet In Offenburg in Deutschland ist ein Jugendlicher nach einem Schusswaffenangriff durch einen Mitschüler gestorben Der mutmaßliche 15-jährige Täter wurde festgenommen Die Ermittler gehen von einem persönlichen Motiv für die Tat aus Jener Jugendliche, der von seinem Mitschüler in Süddeutschland attackiert worden sein soll, ist tot Das wurde am Donnerstagnachmittag bekannt Wie berichtet, war der Schüler mit einer Schusswaffe schwer verletzt und noch in ein Krankenhaus gebracht worden Über Einzelheiten der Verletzung gab es zunächst keine Angaben Nach dpa-Informationen soll sich der Angriff am Donnerstag direkt in der Klasse des tatverdächtigen Mitschülers abgespielt haben Es handelt sich um eine 9. Klasse, in der üblicherweise Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 16 Jahren unterrichtet werden Der mutmaßliche Täter kam mit Munition in eine Förderschule für lernschwache Kinder in der Stadt Offenburg Laut ersten Ermittlungen betrat er gegen Mittag ein Klassenzimmer, ging gezielt auf einen sitzenden Mitschüler los Und schoss mindestens einmal mit einer Handfeuerwaffe auf ihn Hierdurch erlitt dieser schwerste Verletzungen Daraufhin gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein Ein zufällig anwesender Mann hielt den Jugendlichen bis zu deren Eintreffen fest Und verhinderte damit möglicherweise Schlimmeres Die Wahl des Opfers soll ein persönliches Motiv gehabt haben Die Exekutive kam mit einem Großaufgebot und sperrte das Gebäude weiträumig ab Die weiteren etwa 180 Schülerinnen und Schüler wurden von geschultem Personal betreut und konnten danach zu ihren Eltern Der deutsche Tatverdächtige wurde festgenommen und werde noch kriminaltechnisch untersucht Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen Totschlags Der Jugendliche sollte noch am Donnerstag der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt werden Am Abend wurde bekannt, dass die Polizei von einem Einzeltäter ausgeht Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es zurzeit nicht Der 15-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen Zwischen dem mutmaßlichen Täter und seinem Opfer soll es eine Vorbeziehung gegeben haben In Wien-Meidling ist ein 28-Jähriger am Donnerstagabend aus dem vierten Stock seiner Wohnung gesprungen Und dabei ums Leben gekommen Die Polizei wurde alarmiert, nachdem laute Geräusche aus der Wohnung gemeldet wurden Am Donnerstagabend ist es im Wiener Bezirk Meidling zu einem tragischen Einsatz gekommen Die Vega wurde zu einer Wohnung gerufen, in der sich ein psychisch kranker Mann aufhielt Der 28-Jährige hatte heimlich eine psychiatrische Einrichtung verlassen Ein Nachbar vernahm kurz darauf laute Geräusche aus der Wohnung des Mannes und alarmierte daraufhin die Polizei Aufgrund dieser Umstände rückte die Vega an und öffnete die Tür zu der im vierten Stock gelegenen Wohnung In diesem Moment dürfte der 28-Jährige aus seinem Fenster gesprungen sein Die Beamten versuchten noch, den Mann wieder zu beleben Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen Die Einsatzkräfte fanden die Wohnung des 28-Jährigen in einem verwüsteten Zustand vor Der Couchtisch war zerschlagen, im gesamten Wohnzimmer waren Scherben verteilt Zudem wurden Drogen und Gegenstände, die für den Suchtmittelkonsum verwendet werden, sichergestellt Die Ukraine will in die EU So viel ist klar Die EU-Kommission empfiehlt sogar auch den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie Moldawien Andere Länder können sich dadurch benachteiligt fühlen Ich habe vor der Sendung mit der EU-Korrespondentin der Kronenzeitung, Doris Vettermann, darüber gesprochen Seit Jahren will die Ukraine Teil der Europäischen Union werden Ich spreche darüber auch mit der Journalistin Doris Vettermann Vielen herzlichen Dank fürs Kommen Hallo Wir haben ja auch berichtet, dass eben die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Wieder Kontakt aufgenommen hat, wieder nach Kiew gereist ist Man hat ja auch das Gefühl, gerade in den Medien, dass nur ein Krieg auf der Platz hat Ist es tatsächlich so, dass die Ukraine ein bisschen jetzt in den Hintergrund, eben durch den Nahen Osten, diesen Konflikt, dass man ein bisschen vergessen hat auf die Ukraine? Vergessen würde ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu stark Aber natürlich ist die Ukraine aufgrund des aktuellen Kriegs in Israel ein bisschen medial vor allem in den Hintergrund gerückt Also ich glaube für die betroffenen Menschen in der Ukraine selbstverständlich nicht Aber wir leben jetzt halt alle auch schon sehr lange mit diesem Krieg in der Ukraine Er dauert, wir sind fast schon, im nächsten Februar sind wir bei zwei Jahren Natürlich ist hier die Aufmerksamkeit nicht mehr so groß Aber eben schon angesprochen worden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist jetzt schon mehrmals nach Kiew gereist Sie war vergangene Woche wieder dort Um auch dem ukrainischen Präsident Selenskyj sozusagen zu sagen Ja, die Ukraine habe gute Fortschritte gemacht Die EU wird das anerkennen Und das war kurz bevor sozusagen eben dieser Beitrittsbericht vorgestellt worden ist Jetzt in dieser Woche Und wo die Kommission empfiehlt eben, dass die EU-Beitrittsgespräche mit der EU-Ukraine beginnt Jetzt kann man aber auch sagen, die Ukraine ist jetzt wirtschaftlich gesehen jetzt nicht auf dem besten Stand Also das betrifft ja uns dann tatsächlich auch alle Auch die 27 Mitgliedstaaten werden da nicht, glaube ich, alle Länder auch dafür sein Wir haben auch schon die Ungarn zum Beispiel gehört Die sagen nein, also von uns aus überhaupt nicht Also ist es dann auch so in naher Ferne, dass die Ukraine tatsächlich jetzt aufgenommen wird Ich sage jetzt einmal im Jahr 2030 Oder sind wir da auch eher so die Marinetten von Brüssel Oder wie kann man das beschreiben? Ich glaube, man muss es differenziert betrachten Und man muss es sozusagen auf einer symbolischen Ebene betrachten Und auf einer realistischen Ebene Auf der symbolischen Ebene ist das Zeichen ganz klar Das ist ein Zeichen vor allem auch an Russland, an Wladimir Putin Zu sagen, die Ukraine und auch die anderen Länder, die es ja teilweise auch betrifft, des Westbalkans Gehören einfach zu uns Putin, Hände weg von diesen Ländern Die sind Teil Europas Auf der realistischen Ebene muss man natürlich sagen Dass die Ukraine jetzt oder in absehbarer, selbstwahrscheinlich in ferner Zukunft Der Europäischen Union Beitritt ist völlig illusorisch Die Ukraine ist ein Riesenstaat Sie haben es gesagt, steht wirtschaftlich nicht gerade gut da Wir haben im Moment neun Nettozahler in der Europäischen Union Und 18 Nettoempfänger Die Ukraine wäre der allergrößte Nettoempfänger in der EU Das heißt, auf einen Schlag würden ganz viele Länder Die jetzt sozusagen eigentlich mehr bekommen, als sie zahlen Auch zu Nettozahlern werden Das würde das ganze Gefüge der EU komplett über den Haufen schmeißen Es gibt interne EU-Berechnungen Wonach die Ukraine in einem Zeitraum von sieben Jahren Anspruch auf 186 Milliarden Euro hätte Das dann natürlich für die anderen weniger überbleibt, ist klar Aber wie gesagt, das wären einmal die Hard Facts Niemand weiß, wie das wirklich funktionieren soll Abgesehen davon, die Ukraine ist ein Land, das sich im Krieg befindet Es gab es noch nie, dass Beitrittsgespräche mit einem Land im Krieg geführt wurden Also realistisch würde ich sagen, ist es nicht Aber es ist eindeutig ein politisches Signal Das die EU-Kommission hier ausgesendet hat Diese Nachricht schockte das Land Ein 42-jähriger Familienvater ist im Dezember 2022 vor einer Disco brutal niedergeschlagen Und starb später an den Folgen einer Hirnblutzung Nun mussten sich die zwei Jugendlichen dafür vor Gericht verantworten Sie fassten eine Strafe von 15 Monaten Haft aus Und müssen den Töchtern des Opfers Schmerzensgeld in Höhe von 100 Euro zahlen Am Landesgericht Eisenstadt sind am Donnerstag im Fall des Toten Nach einer Rauferei in Schattendorf im Bezirk Mattersburg Zwei Jugendliche zu 15 Monaten Haft, davon 14 bedingt verurteilt worden Sie sollen in der Nacht auf den 18. Dezember 2022 Nach einem Streit vor einer Disco einen 42-jährigen Familienvater geschlagen haben Der später im Spital an einer Hirnblutung starb Die Blutung konnte aber nicht mit der nötigen Sicherheit auf die Schläge zurückgeführt werden Der 19-jährige Syrer mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich Der sich von Anfang an schuldig bekannte Und der 17-jährige Burgenländer, der bestritt, an der Rauferei beteiligt gewesen zu sein Wurden vom Schöffengericht wegen Versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen In Haft müssen sie aber nicht mehr Weil sie laut Urteil nur einen Monat unbedingt absitzen müssen Was sie mit der zwischenzeitlichen Urhaft nach dem Vorfall bereits gemacht haben Richterin Birgit Falb folgte mit dem Urteil dem gerichtsmedizinischen Gutachten Wonach die Hirnblutung nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Schläge zurückgeführt werden Sondern auch andere Ursachen haben könne Die beiden Angeklagten haben den Tod nicht zu verantworten, meinte die Richterin Beide müssen jeweils 100 Euro Schmerzensgeld an die Töchter des Verstorbenen zahlen Bewährungshilfe wurde angeordnet Die jungen Männer nahmen das Urteil ebenso wie die Staatsanwaltschaft an Die privat beteiligten Vertreter gaben keine Erklärung ab Unfassbar Ja und der ORF-Beitrag wird ab 1. Jänner 2024 eingehoben Wer sich nicht vorab registriert, muss sich auf Strafen gefasst machen Ja und auch die ersten Mahnbriefe sind schon ausgeschickt worden Mit dem Jahreswechsel steht Österreich eine neue Haushaltsabgabe bevor Der ORF-Beitrag wird ab dem 1. Januar 2024 erhoben Für diejenigen, die sich nicht im Voraus registrieren, drohen Strafen Der ORF-Beitrag tritt an die Stelle der bisherigen GIS-Gebühr für TV oder Radio und beträgt einheitlich 15,30 Euro pro Monat zuzüglich möglicher Landesabgaben Die Zahlung ist für jede Hauptwohnsitzadresse fällig und erfolgt einmal pro Haushalt ausschließlich für Wohnungen oder Häuser, die als Hauptwohnsitz genutzt werden Für Ferienwohnungen und Nebenwohnsitze entfällt die Gebühr In vielen Haushalten sorgen derzeit Briefe für Aufregung, da die Frist für die Anmeldung zur ORF-Gebühr läuft Krone-Leser in Kärnten waren überrascht über den Inhalt dieser Schreiben Die Aufforderung zur Anmeldung kommt mit der Drohung hoher Strafen für diejenigen, die sich nicht rechtzeitig registrieren Besonders hervorzuheben ist, dass die Anmeldung auch dann erforderlich ist, wenn am Hauptwohnsitz keine Person bei der GIS registriert ist Selbst wenn in diesem Haushalt kein Radio- oder TV-Gerät vorhanden ist Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, sieht sich mit einer Strafe in Höhe der vollen Jahresgebühr konfrontiert Was fast 200 Euro ausmacht Diese Strafe kommt zusätzlich zu den Gebühren, die dann nachgezahlt werden müssen Für jene, die bereits Radio- oder TV-Geräte gemeldet haben und GIS-Gebühren entrichten, gibt es gute Nachrichten Diese Personen müssen nichts weiter unternehmen, da das ORF-Beitragsservice automatisch Namen, Adressdaten und Zahlungsinformationen übernimmt Personen mit einem gültigen Befreiungsbescheid für ihren Wohnort müssen ebenfalls keinen neuen Antrag stellen Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Befreiung nur noch in wenigen Fällen möglich ist Im Fall einer auslaufenden Befreiung werden die Betroffenen benachrichtigt Vor über einem Monat attackierten Terroristen aus dem Gazastreifen Israel und starteten damit einen Krieg in Nahost Seitdem sind tausende Menschen gestorben, Millionen geflüchtet und ein Ende ist nicht in Sicht Israel stellt sich auf einen langen Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ein Die Streitkräfte seien bereit, die Auseinandersetzung mit der von der EU, den USA und Israel als Terrorgruppe eingestuften Organisation auch jahrelang zu führen Sagte der israelische Verteidigungsminister Die Armee werde alle an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel Beteiligten finden Egal ob es eine Woche, einen Monat, ein Jahr und gegebenenfalls sogar Jahre dauert Er sprach sich auch gegen einen Kompromiss mit der Hamas und anderen extremistischen Gruppen im Gazastreifen aus Denn diese hätten den israelischen Bürgern Schaden zugefügt und sie ermordet Wir werden sie alle eliminieren Der Iran warnte indes vor einer Ausweitung des Krieges auf die ganze Region Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte an, Zivilisten weiter eine sichere Flucht aus dem Kampfgebiet im abgeriegelten Gazastreifen zu gewähren Die Kämpfe gegen die Hamas Die Hamas-Terroristen gehen weiter, aber wir wollen an bestimmten Orten für einen bestimmten Zeitraum Ein paar Stunden hier, ein paar Stunden dort eine sichere Passage von Zivilisten aus der Kampfzone ermöglichen Und das machen wir auch, sagte er dem US-Sender Fox News Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, in Washington mitgeteilt Israel habe täglichen vierstündigen humanitären Pausen im nördlichen Teil des Gazastreifens zugestimmt Netanyahu sagte weiter Israel wolle nicht versuchen, den Gazastreifen zu erobern, zu regieren oder zu besetzen Aber wir wollen ihm und uns eine bessere Zukunft im gesamten Nahen Osten geben Und dazu muss die Hamas besiegt werden Er habe keinen Zeitplan festgelegt, denn es kann mehr Zeit in Anspruch nehmen, sagte er Die von der Hamas kontrollierten Behörden im Gazastreifen teilten indes mit Israel habe am Freitag mindestens drei Luftangriffe auf oder in der Nähe von Krankenhäusern geflogen Die israelische Besatzung hat in den letzten Stunden mehrere Krankenhäuser gleichzeitig angegriffen sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde von Gaza, dem Fernsehsender Al Jazeera Auch das größte Krankenhaus im Gazastreifen, Al Schiffer, sei angegriffen worden Und wir kommen nochmal zurück nach Österreich Nach dem kaltblütigen Mord an einer 33-Jährigen im Oktober in Straßhof an der Nordbahn in Niederösterreich steht der 35-Jährige Ex-Partner vor Gericht Die Frau wurde mit einem Schuss aus nächster Nähe im Kopf getroffen Der Tatverdächtige war in U-Haft, er zeigt sich geständig Am 21. Oktober wurde eine Vierfachmutter von ihrem Ex-Partner in Straßhof erschossen Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt Bei der Frau handelte es sich um eine 33-Jährige österreichische Staatsbürgerin Der Täter war ihr Ex-Partner Die Frau wurde vor ihrem Haus mit einer Faustfeuerwaffe angeschossen und starb wenig später an Ort und Stelle, wie die Sprecherin erklärte Der Verdächtige dürfte die Tat gestanden haben und konnte von Beamten der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram widerstandslos festgenommen werden Der 35-Jährige ist schwedischer Staatsbürger und der frühere Lebensgefährte des Opfers Er war an einer anderen Wohnadresse als die Frau gemeldet Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernimmt die weiteren Ermittlungen Der Tatort liegt direkt an der Hauptstraße in Straßhof, kurz nach der Ortseinfahrt bei Einfamilienhäusern Die Polizei hatte die Gegend danach großräumig abgesperrt Die Waffe wurde im PKW des 35-Jährigen gefunden Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert Die Staatsanwaltschaft ordnete außerdem eine Obduktion des Leichnams an Am Montag beginnt nun der Prozess gegen den 35-Jährigen Der Prozess wurde für zwei Tage anberaumt Alle aktuellen Nachrichten gibt es natürlich auch auf krone.at Wir kommen jetzt aber noch zum Wetter Ja und morgen Samstag ist es auch stark bewölkt Von Vorarlberg über Salzburg bis nach Niederösterreich, Wien und ins Nordburgenland Greift immer auch häufiger kräftig Bis auch in den östlichen Bergen ein sehr stürmischer Westwind durch mit Regen Am Sonntag wird es wieder ein bisschen besser Aber auch ab Montag wieder sehr bewölkt Die Temperaturen schaffen es nur mehr um die 13 Grad Am Sonntag, wie gesagt, da regnet es auch vor allem in Vorarlberg und auch in Nordtirol Der Wind, der weht dann auch meist zwischen Südwest bis Südost Die Temperaturen, die sind sehr mäßig Es wird eben wieder frisch werden, auch nächste Woche Ja, das war es wieder von den Kronen News Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier auf krone.tv Weiter geht es hier mit dem Sport